Wo wir in Europa sind, ist die Siki Wester, ist der Westkanzler-Kinderanzugverein. Mit der Europa, wir sind die Siki, der in Europa ist im Gelbmedizin vorne an der Seite. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir werden ja gerade die Jügel-Aberichter-Königstunde ausgeführt. Die Jügel-Aberichter-Königstunde ausgeführt werden, dass die Jügel-Aberichter-Königstunde ausgeführt werden, . Der erste und die erste Übergabe der Wandel ist tatsächlich über die Regelgeschichte der ganzen Bühne-Liebler. Ganz weit oben. Also, wann wir mal schauen, dann wird das auch so klar. So, und die Lieder sind auf dem Rundweg und das Gleiche gilt auch für den Kassakur. Aber auch die Letzter haben jetzt schon den Kassakur. Und hier sind direkt in der Bühne-Lieb. Und was soll ich sagen, die sind alle drei größten Bühne-Liebler ganz, 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 die Verteidigende, die zägerlichere Kassakur im Unternehmen... ... und sich jetzt keiner vom Rundweg werden. Ich weiß nicht, wie das ist. Jetzt nochmal auf der Bühne-Liebler ganz und ganz. Jetzt nochmal auf der Bühne-Liebler ist der Bühne-Liebler ganz gut. Und von der Bühne ist der Bühne, die wir hier bei den Bühnen und die Jungs sind nicht für. Er sich sicher bei diesen Bühner, aber der Bühne ist die Zielskraft, der Bühne-Liebler genau so gut. Die Bühne-Liebler werden jetzt mal auf der Bühne-Liebler auf dem Rundweg in der Bühne-Liebler, Getriebe! Das ist ein Zitat von der Kreisertung. Das ist immer noch ganz klar. Und lebt uns aus zweitem Schlag. Aber die Wurst aus dem Kreisertung hat mich in den Augen gelegt, indem wir aus dem Döden so leben. Wo ist der Kaisertung? Ich kann nicht noch da sein. Aber die Wurzeln von Gauss und Pföchern oder ich wüsste das nicht. Das ist der Kreisertung. Ja, genau. Wir wollen ja die Saison. Genau. So, das heißt, kommt der Kreisertum, kommt so ein Lektor, aber sicher. Ganz gut, aber auch, wie sie gerade, da vorne ist ein Kante. Aber vielleicht brauchen wir uns noch mehr. Aber das ist schon gut, wenn wir gerade kommen. Dann kommt das nicht, aber wir brauchen ja noch gut. Ich fahre eigentlich gerade gut. Und wenn wir das nicht gut machen. So! Naja, ja, kann natürlich. Also, das ist nur noch gut, wenn wir gut kommen. Aber das ist ja ganz schön, das ist alles. Hoch, trainierter, abwechend, völlig aus. Ja, aus wie die, man sieht gerade in der ersten Runde, das ist der Huber auch einfach, aber da wurde nicht gut. Lieber Herrmann, seid ihr aufbereit? So, hier, hier, um verbesserten Seiten zu fallen. So, ich frage, das ist schon in eurem Augen, seit schon seit 15 Stunden geworden, ne? Genau, was haben wir gedacht. So, das ist immer genau. Und ich will sagen, in die Tüte geht. Auf die Plätze, fertig, los! Sagاء! Sagاء! Sag, sag mal. Sag, lass, sag mal. Sag, sag mal. Sag, sag mal. Glückwunsch! Opa-bisschen... Und die Menschen... Aber um den Schiffen natürlich Frau Sternberg und auch der Menschen... Und die Hoffnung von der Frau... Opa-bisschen... Nur... Nur... Aber es ist ... Aber es ist vor allem der Opa-bisschen. Und das ist vor allem der Opa-bisschen. Und das ist vor allem der Opa-bisschen. Aber doch nach, dies ist vor allem von der Opa-bisschen. Die Frau und die Ferne ist allein bei der Saarung, die ist wieder aus dem Bild. Hallo, 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 wirklich, zugegangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt auf die Saarung, die ist unterwegs, in der Jürgen Kredz ist ganz klar, dass sie nur begrüßen, die sind jetzt schon bei der Jürgen Kredz, aber die Schwerke gerade, die Westerbund haben wirklich aufgegeben. Die nächste Kredz war nochmal richtig, hier sind noch mal ganz schön anstrengend. Also die beiden wir haben, die sind jetzt schon bei der Jürgen Kredz und wir haben jedenfalls tatsächlich mit den wichtigen Nachholen. Also unsere Vesterbinder sind jetzt an dem Faktenüberkommen der Faktenübergabe und heute wird ganz ganz unbeleicht, wenn das hier eine kleine Wasserschöne. Oh. 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 Ich bin nicht bei dieser ganz-mal- ... die Bisschen-Ausgabe, wenn sie hier ... ... noch ein richtiges Leben annehmen, ... auch eher an den Maßen zu wissen, ... also auf der Südkurs, ... die Bisschen-Ausgabe, ... hier in der Welt, ... und Römer, ... und Wegbau, ... in die Bisschen-Ausgabe, ... schau, dass sie noch nicht annehmen. Aber ich sehe gerade, ... die Bisschen-Ausgabe, ... die Bisschen-Ausgabe, ... noch nie sechs-mal- ... auf ... ... die Bisschen-Ausgabe, ... und auf der Höhle, tief, kling, wettbewerb... ... und auf der Höhle sind die Höhle. ... und auf der Höhle ist er doch, dass er einfach soll, der Arm oder nicht, der ist nicht so gut gemacht... ... und der Mann, den Sieg, den Sieg, die Sieg, den Arm und den Arm, den Arm und den Arm, den Sieg... ... und die Höhle sind voll! ... und alle sind die Höhle! ist ja Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nur eine Rennung zu melden, sagen wir alle natürlich auch wieder ganz klar mit dem Männer zwischen den Zähnen und wir sehen hier eine zweite ins Objekt, ja, ist aber auch fast so ein Schlag ist da. Und mit einem Schaden wie vielen Kollegen, ich meine, grünen Sie mal, guter und hohe Eine wirklich tolle Erstellung, wir haben sie hier auf dem See und nun schlägt auch gleich den Eltern an, wenn er sich nicht hier auf dem See auch die letzten 10 Meter weiter fährt. Also nicht nur bis wir alle da recht lang fahren, dann hier gibt es auch noch keinen Schlag. Also von daher, ah, oh, das macht ab, jetzt will ich hier tatsächlich auch mal die Leute, dass sie wieder fahren. So, jetzt sind wir auf den Kopf, die nicht gehen, scheiße, was sie können, denn jetzt geht's um die Bursch. Jetzt geht's in unser Finale und ich sage, auf die Plätze, fertig, los! Also, die Feuerwehr bliegt unglaublich gut in dem Team. Aber, so wie es kommt, jetzt ist es aber wieder nicht ohne weiteres Abschneiden. Ja, da muss man jetzt einfach schauen, wer hat Frau Müller nicht, wer hat sich die Wahl, der hat sich die Wahl nicht enthalten, wer hat sich die Wahl nicht enthalten, wer hat sich die Wahl nicht enthalten, wer hat sich die Wahl nicht enthalten. Das wollen wir jetzt noch nicht enthalten, wer hat sich die Wahl nicht enthalten, wer hat sich die Wahl nicht enthalten, wer hat sich die Wahl nicht enthalten. Das heißt, in diesem Fall, das heißt, auch hier die Wahl nicht enthalten, wer hat sich die Wahl nicht enthalten, wer hat sich die Wahl nicht enthalten. Und genau mit dem Thema geht es weiter mit der Kacke und jetzt mal ist die Fakke über die Ehe und der Fahrerwehr der Fahrerwehr aus der Bahn. Aber wie wir sehen, ist der Fakke über die Ehe und das ganze ist jetzt mal ein Kacke, die wir erst in der Liga gegründet haben, die wir heute haben. Und das heißt, ich denke, ich glaube, es ist aber ein guter, eine gute Welt in die Liga und das ist auch wirklich, wirklich gut. Also ich freue mich, ich bin einfach zurück, also ich will, wir haben auch noch besser, die wir jetzt auch richtig in der Liga und die Liga und die Liga und die Liga und die Liga. Und das ist auch die Liga, also ich brauche, dass ich in der Liga noch reingehend bin und die Räste der Liga haben, die tatsächlich nur noch nicht rausgegeben. Sie sind hier immer noch als Fakke, hier sind wir noch auf der Liga und Sie sind im Liga und ich lasse jetzt noch mal sagen für Sie mit einem Liga und einmal so gut. Die Serie ist jetzt noch ein Fakke und ein Fakkespräch, gerne so weiter hier und ein Fakke. Ich habe auch die Freude, die Freude, die an die Sohne war, die Freude, die all das österreichische Dreh, die Kunst, die Art, die Klinge, die ganz paar andere Frauen, die Frauen, die sind da reine Löhren und der Pfanne, die das immer wieder zu sein, die die Jürgen hier Das war's für heute. Was war ein bestes Ziel? Es ist ein Aho. Das ist eine Wiener-Fallverlager. Es geht darum, wie die Windermitt beer italiens ist. Auf den Ablust zu gryren alles zu gehen. Wir sehen uns vor uns im Fasino-Gassiter und Bachelor. Wir sehen uns an ein neues, unser Gartener und Así. Die CUP Nicole-Gabwin-Gabwin-Gabwin-Gabwin-Gabwin-Gabwin-Gabwin. Ich fand sie gerade richtig, richtig gut verkauft und habe einen tollen Platz eingefahren. Ich muss sagen, auch das ist eine riesen, riesen, riesen große Herausforderung. Ich muss sagen, auch das ist eine riesen, riesen große Herausforderung. Ich muss sagen, auch das ist eine riesen, riesen große Herausforderung. Ich muss sagen, auch das ist eine riesen, riesen große Herausforderung. 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 Das ist eine riesen, riesen große Herausforderung.